Ich lerne Deutsch. Nummer 1821. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und was mache ich jetzt mit der Brille? Wie benutze ich sie? Welchen Vorteil habe ich davon? Und was mache ich jetzt mit der Brille? Welchen Vorteil habe ich davon? Und was mache ich jetzt mit der Brille? Wie benutze ich sie? Welchen Vorteil habe ich davon? Es ist geschafft. Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Es ist geschafft. Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Seit wir in Frankreich sind, lieben wir verschiedene Käsesorten. Seit wir in Frankreich sind, lieben wir verschiedene Käsesorten. Vielen Kühen geht es nicht so gut wie mir. Ich bin auf einer großen Weide und habe immer frisches Gras und Kräuter. Vielen Kühen geht es nicht so gut wie mir. Ich bin auf einer großen Weide und habe immer frisches Gras und Kräuter. Dieser neue Song meiner Lieblingssängerin entspricht genau meinem Musikgeschmack. Dieser neue Song meiner Lieblingssängerin entspricht genau meinem Musikgeschmack. Ich muss dir unbedingt zeigen, was ich gerade im Internet gefunden habe. Mein Trainer ist wieder zu spät. Die Familie steht bei uns immer an erster Stelle. Das Betreten dieser Räume während der Desinfektion ist strengstens verboten. Das Betreten dieser Räume während der Desinfektion ist strengstens verboten. Das Betreten dieser Räume während der Desinfektion ist strengstens verboten. Ich bin bereit, alles zu tun, um dieses wichtige Spiel für unser Team zu gewinnen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mama und Papa gehen vor mir her über die grüne Wiese. Sie halten sich an den Händen. Mama und Papa gehen vor mir her über die grüne Wiese. Mama und Papa gehen vor mir her über die grüne Wiese. Sie halten sich an den Händen. Mein Vater sitzt mit meiner Schwester auf dem Sofa. Sie sehen sich einen Film an. Heute kochen mein Sohn und ich zusammen Spaghetti. Heute kochen mein Sohn und ich zusammen Spaghetti. In jedem Fall unterstütze ich dich auch weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Vergiss nicht, dir regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Vergiss nicht, dir regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Vergiss nicht, dir regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Was könnte das sein? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Was könnte das sein? Heute haben wir eine Theateraufführung in der Schule. Meine Eltern schauen zu. Heute haben wir eine Theateraufführung in der Schule. Meine Eltern schauen zu. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Den Abend verbrachten wir am Lagerfeuer vor unserem Wohnwagen. Angelina ist frühmorgens in einem Café und beginnt ihre Arbeit als Freiberuflerin. Darf ich dir helfen, den Salat vorzubereiten? Darf ich dir helfen, den Salat vorzubereiten? Können wir durch Holzpellets unsere Energiekosten senken? Können wir durch Holzpellets unsere Energiekosten senken? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und dann schau mal auf dem Weg. Und dann schau mal auf. Und dann schau mal auf. Und dann schau mal auf. Vielen Dank.